Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Plexquad, ähm, auf dem Dock. Und ich kann mit, was stand da gerade? Ich kann Schalldämpfer auf LMGs anbringen, ja, nö, ich glaube, kann ich nicht auf jede Waffe Schalldämpfer anbringen? Das muss ich gleich mal ausprobieren, wenn wir hier wieder richtig am Metzeln sind. Wir haben ja jetzt unsere Waffe, diese ARX, die finde ich eigentlich immer noch ganz cool, mit der würde ich jetzt auch erstmal gerne weiterspielen. Ich muss mal gucken, wir haben ja irgendwie auch richtig viel Geld, ne? Also wir haben ja also, der Knicklicht, ha, okay, wir haben ja richtig viel Geld und ich wollte unbedingt einfach mal gucken, was man sich für dieses Geld eigentlich auch noch kaufen kann. Also es muss ja auch irgendwie was Sinnvolles geben, was ich mir für dieses Geld kaufen kann. Ähm, anscheinend habe ich, ich habe gehört, anscheinend ist es halt so, dass man nachher wirklich sehr, wenn man das regelmäßig spielt natürlich, dass man da relativ sehr, sehr viel Geld hat. Und man könnte wahrscheinlich sich alles kaufen. Vielleicht mache ich das auch. Vielleicht kaufe ich mir einfach alles richtig so Bonzen-mäßig und laufe dann hier so rum und sage, ja, guck mal hier, ich habe hier ein Messer aus Silber und aus Gold. Bringt ein Messer aus Gold viel? Nein, oder? Ich glaube, das ist nicht so, ich glaube, das ist nicht so, so super. Sonst kommt er immer mehr. Ich glaube, das ist nicht so super. Ah, ne, das ist tot, ne? Ja, alles klar. Ähm, weil, äh, Gold müsste doch relativ weich sein, oder? Ich glaube, ein Messer aus Gold bringt nicht so viel. Ich bin mir nicht, ich bin mir nicht, ich bin mir nicht 100% sicher, ich bin kein Eformatik, Chemiker und, und alles, auch nichts. Kann man hier eigentlich drauf klettern? Warte mal, ich muss das testen. Ne, schade, geht nicht. Dann werde ich die Typen eben auf die altbuddische Art und Weise erledigen und zwar mit meiner Waffe. War da nicht einer? Nein. Ich sehe schon. Ey, scheiße. Ich wollte gerade sagen, ich sehe schon tode Menschen, aber das bin wohl nur ich, der Tod ist gerade. Ne, sonst würde ich gerne auch mal irgendwie ein paar Sachen kaufen im Shop, ne? Irgendwie, dass man so mal sagt, yo, geil, ne? Weißt du, das ist halt so einfach so von wegen, yo. Oh, oh, der hat auf den anderen geschossen, der vor mir war. Äh, so von wegen, ja, äh, ich würde halt gerne mal irgendwie ein paar Sachen kaufen oder sowas, aber ich weiß halt nicht, was das Sinnvollste ist. Und der eine hat gewartet tatsächlich, oder der hat sich das denn halt gedacht, dass ich da stehe. Und guck mal, die anderen stehen alle da oben. Ja, lol, dann kann ich die ja, jetzt nicken die die alle von da oben weg. Weiß ich nicht, schaffen die das? Wow. Alter, scheiße, stand da oben. Ich hab nicht gedacht, dass der da steht und wartet. Oder er hat wahrscheinlich nicht gewartet. Ich glaube, der zieht irgendwie auf meine Leute hier. Okay. Man, da würde ich mir echt mal gerne ein paar Sachen kaufen, dass man halt irgendwie sagt, so, ja, das ist geil. Oh, es ruckelt. Das ist geil oder sowas, das könnte man mal haben. Ich meine, die Waffe hier soll ja nicht so schlecht sein, hab ich gehört. Also von daher ist das wohl kein Fehlkauf gewesen. Aber vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Sachen, die man irgendwie haben kann. Wo sind denn die ganzen Leute? Die sind ja irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, scheiße, das war jetzt dumm, weil ich hab ein bisschen daneben geschossen. Aber ich hab das Gefühl, also entweder killen meine Leute die jetzt echt gut oder die sind einer weniger. Haha, ich glaube, es ist beides der Fall. Und, ähm, ich krieg die halt auch nicht, ne? Ich hab nur geholfen wieder. Alles klar. Ist okay. Wenn keiner will, dass ich hier irgendwas mache, er will auch nicht, dass ich was mache. Ist okay. Selbst der Gegner möchte nicht, dass ich hier was tue. Okay, das ist, glaube ich, immer so, oder? Dass man nicht möchte, dass der Gegner was tut. Hehehe, Gegenschlag. Hier, da liegt nur ne Leiche. Ich seh nichts! Ich seh nichts! Ich bin blind! Hahaha, ich seh nichts! Was? Ich trau mich halt irgendwie nicht. Missed. The Reaper! Wow, kein Wunder, dass das so schnell war. Und, ähm, also halt irgendwie mal was gucken, dass man so im Shop mal irgendwie was kaufen kann für teures Geld oder sowas. Ich weiß nicht, Granaten kann man die einfach auch kaufen? Ja, ne? Weil sonst, ich hab schon wieder keine. Aber die kriegt man ja eigentlich auch in Kisten immer. Das ist halt immer so die Zwickmühle. Bringt mir das was, was zu kaufen, was ich nicht brauche? Hab ich beide gekriegt? Ne, nur einen. Äh, wow. Ich wollte eigentlich zielen, aber das ist nicht so mein Spezialgebiet. Mist! Da waren's zwei. Blackway! Blackway, no way, oder was? Er wollte mich einfach nicht durchlassen. Er hat gesagt, nö, du kommst hier nicht durch. Du kommst hier nicht durch. Ey! Mist. Aber da hinten war noch einer gewesen. Aber wir sind auch gerade, also mein Team ist halt mega gut. Ich glaub, die, obwohl wir sind halt auch auf dem vierten Platz, aber die snacken hier irgendwie alles weg, hab ich das Gefühl. Und weil sich nicht wegsnacke, äh, sterb ich. Ja, Mist. Ey, ich war angeschlagen. Lass mich in Ruhe. Hi, fang mal her. Fang mal her, du Nudel. Alter, du Sackgesicht. Jetzt komm mal her. Ich schwör's dir. Hab ich doch gesagt, du sollst herkommen. Ich weiß auch nicht, ob er das war. Oi. Wow, da ist ja noch einer. Wow! Scheiße. Ich hab daneben geschossen, ne? Ich hab voll daneben geschossen. Das hat man nicht gesehen, oder? Das stehe ich raus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen... Nein, Quark. Mit Soße. Ah, das war okay. Das war auch okay. Ich hab nur noch 52. Ja, ey, ey, ey. Mann, die haben, glaub ich, gedacht, ich wär der andere. Ich hätte nicht da reinlaufen sollen. Das war eigentlich ein bisschen dumm, aber ich hatte vermutet, dass das Geschlecht enden wird. Deshalb hab ich gedacht, beende ich es auf meine Art und Weise. Indem ich selber reinlaufe und... ...quasi dafür sorge, dass ich sterbe. ...bevor ich... ...ich glaub, das ist tot, ne? Aber ich hab mich nicht getötet. Geh mal weg! Hänge fest! Ach, scheiße, komm! In der einen Sekunde, wo ich nachlade, hat er mich natürlich, ne? Ach, komm schon. Ich habe mich nicht erschrocken. Alles klar. Ich wollte nur gucken, wo die Gegner herkommen und habe zu heimlich schielen wollen und auf einmal bist du schon tot. Ich habe mich gesehen, glaube ich. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Das war fies, ne? Ich wollte durch dieses Gatter durchschießen, durch den Rollaufzugs-Dings-Lade-Absperr-Tor-Dings-Da. Ja, du weißt schon, wie das halt, ne? Boah, damit hat der Blackway, glaube ich, nicht gerechnet, dass da hier einer so sneaky ist und so schnell tot. Geil, wir haben gleich gewonnen. Reloading, reloading. Komm, reload. Sag es nochmal, bitte. Bitte. Dann sag ich es. Ach, der lebt noch. Hey. Wow. Links, rechts, links, rechts. Und noch eine linke, und noch eine rechte. Komm, komm, komm. Da will ich es wissen, hä? Links, rechts, links, rechts. Wie ein richtig guter Boxkampf, nur mit Schusswaffen. Okay, also, links. Ja, der zählt als tot für mich. Rechts. Okay, der zählt. Oh, Mist, scheiße. Mann, ich dachte, weißt du, das wäre... Mann, fuck. Ich wollte das so richtig cool machen. Ich wollte so links, die töten, rechts, die töten, links, die töten, rechts, die töten. Aber es ist lustig, es passiert wirklich so. Links, rechts, links, rechts. Und noch eine linke. Geil, das war der letzte Kill, oder? Den ich gemacht habe. Ich glaube, der war cool. Der letzte hat, glaube ich, gesiegt. Der knicklicht. GG. Ja, geil. Da hat er recht. Das war echt ein ganz gutes Game. Wir haben 150 zu 105 gewonnen. Das war echt cool. Auf den Docks. Und wir haben die Mission wieder abgeschlossen. Wird das so gut. War das halt immer so? Okay, wir sind fünfter Platz. Das ist okay. Wir haben aber 15 ADs. Äh, ADs, sag ich. Äh, Assists. Die meisten, ne? Oder ne? Der auf den zweiten Platz hat noch mehr. So. Aber, weißt du, was wir haben? Pass mal auf. Guck mal hier. Wir haben schon wieder. Erreiche 10 Gewinne beim Quick-Match. Und ich habe schon einen geschafft. Einen Gewinn. Jetzt kriege ich eine Kiste. Ist das nicht nice? Und zwar sehen sie jetzt. Granaten. Ja, geil. Komm, gib mir. Gib mir. Gib mir, gib mir, gib mir. Granates. Die können wir gleich mal ausrüsten. Und dann haben wir hier natürlich noch ein Item, das ich gleich empfangen möchte. Und es ist. Wie sie sehen. Natürlich. Oh, ne Sniper. Ja. Ja. Es ist so. Scha. Ja. Ist okay. Scha. Schützengegen. Kann man erstmal nehmen. Ja, war in der Box, ne? Weiß ich. Ähm, pass mal auf. Dann machen wir folgendes. Hier ist ja mein. Ne, hab ich hier irgendwo. Ach, hier ist nichts. Okay. Warte mal. Dann mache ich den mal da rein. Und das da rein. Und da rein. Damit das überall in jedem Loadout ist. Und falls wir mal auf einer Map sind, wo wir snipern können, habe ich ein Sniper Loadout. Und ansonsten, ähm, machen wir halt unser normales Standardwaffengingster. Das finde ich immer noch am, am, am coolsten. Also das liegt mir halt am meisten einfach als Snipern. Oh, das ging schnell. Oh, Skirt. Da kann man gut snipern, ne? Ich glaube, das Spiel möchte das. Komm, versuchen wir es einfach mal. Was kann schon schief gehen? Kann man das Loadout eigentlich auch ändern? Äh, das hat schon angefangen, das Match. Was? Das hatte ich noch nie. Ich konnte, ich konnte irgendwie das nicht, ich hätte F3 drucken müssen. Warte mal, kann ich das eigentlich noch ändern jetzt hier? Ah ja, genau. Okay, alles klar. So geht das. Wow, ist die... Alter, läuft der komisch, wenn er lieber auf in der Hand hat. Voll... Oh, da liegt das an der Maus. Ey, was ist los? Warum ist das so langsam? Wo ist das denn? Ist das an der Sniper? Der läuft gerade so ganz komisch bei mir. Ich kann auch nicht snipen. Ey. Da misst ich ihn fest. Nein, das ist... Ey, was ist jetzt passiert? Okay, oh mein Gott, pass mal auf. Was passiert, wenn ich jetzt... Oh, Mist, ich muss das... Aber der läuft jetzt auch mit der Waffe so... Ich muss so lang... Weißt du, ich muss so viel Maus drücken. Habe ich die Maus irgendwie verstanden? Nee, weiß nicht. Hey, jetzt bin ich verwirrt. Ich weiß gerade nicht, was hier abgeht. Und die Maus ist halt... Ich habe so eine ganz scheiße Empfindlichkeit gerade. Ich habe eine richtig scheiße Empfindlichkeit. Warte mal, ich gehe mal auf 1. Ist das immer noch? Nee, jetzt nicht. Das liegt echt an der Sniper? Liegt das echt? Dichterschlag, Gegenschlag, Rückkehr... Ach, äh, Dichterschlag, genau. Egal wie dicht du bist, Goethe war dichter. Alter, die sind übelst am Verliernis. Das Team, in das ich gejoint bin. Was ist denn das? Ich habe auch noch nie... Tatsächlich, ich hatte das noch nie gehabt, dass ich in ein Team gekommen bin, das... Das schon spielt. Innerhalb von den 6 Stunden, oder wie oft ich diese Spiele... Spiele. Ist das noch nie vorgekommen, dass ich in unser Match gekommen bin. Das hat mich jetzt gerade voll überrascht. Oh, hä? Von wo? Oh, die Leute verwirren mich hier gerade. Alter, hört ihr mir auf, mich hier so zu verwirren? Ah, lol! Habe ich noch irgendwas getötet? Nein, ne? Aber warte mal, die kommt von links hier, die eine. Oder? Oh, Alter! Was ist denn hier los, bitte? Was ist denn das für eine Runde? Ich komme mit rein, die haben einfach die Hälfte des Lebens. Und dann kriege ich nichts gebacken? Ich habe mich schon fünfmal getötet. Was ist denn los, bitte, ihr Alten? Schnäpfe hier! Frisst diese Scheißgranate jetzt! Und geh endlich drauf! Verdammte Scheiße nochmal! Schlau! Ficken! Also, das war einfach nur ein Fluch, das war kein Angebot. Bitte nicht voll zu verstehen. Mann, das gibt's doch nicht. So, du da hinten. Halte Kanonenkugel, ey. Das gibt's nicht. Ich weiß nicht, was hier abgekratzt. Ich sehe noch nichts. Jetzt ist die da oben! Was ist denn das? Nö, einfach nö! Alter! Ja, scheiß die Wand an! Mann! Entschuldigung. Das... Ne! Das gibt's doch nicht! Sechsmal! Was ist denn das? Ne, es ist doch noch vorbei! Was ist die denn? Ja. Was ist denn... Ne! 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 Was? Das... Was? Kann das jemand in Worte fassen? Ich... Entschuldigung! Uh! Kann das jemand... Kann das jemand in Worte fassen? Zwölf Tode! Ne! 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 Ist mir jetzt egal! Die Folge wird ein bisschen länger! Ne! Wir machen das jetzt! Ne! So kann ich das nicht beenden! Das ist... Das... Das sehe ich nicht! Das ist nicht verhandelbar jetzt! V-B-B-S-B-B-S-T-D-S-Q-U-S-Lot! So! Neues Match! Das ist schon mal gut! I see dead people! Alles klar! Dante Hell! Alles klar! Kill Roach! Alles klar! Hobbit! Doppel P! Evil Angel! Und Lieutenant Hopkins! Aus Frankreich! So! Machen wir jetzt nochmal... Machen wir jetzt einfach nochmal ein schönes Match! Oder so zum... Also zum Abschluss der Folge... Das kann ja so nicht enden! Was wäre das für ein Ende gewesen? Wenn es jetzt auch so weit endet, ne? Also wehe! Die sind genauso schlimm! Wehe! Oh! Es ruckelt ein bisschen! Hä? Warum ruckelt es hier denn? Hallo? Nein! Wir gehen wahrscheinlich unter! Ruckele ich? Oder... Oder... Ich lad aber noch nichts runter, ne? Steam Updates habe ich angehalten extra! Das wäre jetzt voll lustig, wenn das jetzt hier genau so ein Chaos geben würde, ey! Ich würde... Ne! Würde ich einfach... Ne! Würde ich streiken! Wehe! Oh! Ich wollte gerade sagen! Lieutenant Hopkins! Bitte! Okay, gut! So, ist das doch schon viel schöner, oder Leute? So macht es doch viel mehr Spaß! Das ist... 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 Boah, dieses Spiel ist nicht gut für mein Herz! Und auch meine Stimme! Und auch meinen Blutdruck! Oder... Ja! Genau! Sehe ich genauso! Mann, 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 Mann! 13 Leben habe ich noch! Toll! Jetzt kann ich doch bestimmt mal was reißen, oder? Ja! Wow! Ist vor den Kopf weggeflogen! Nein, macht ja auch Spaß alles! Und ich reg mich ja... Also ich reg mich schon auf ein bisschen! Weil es aufregend ist! Aber... Es ist noch nicht so... Es ist noch nicht so, dass ich angepisst bin! Es ist nicht dieses angepisst aufgeregt! Es ist dieses aufgeregt, weil es... Weil du dich so fragst... Wat? Kirschkunst! Hä? Das ist ja tatsächlich übersetzt! So! Und dann hast du natürlich diese Momente, wo du einfach weißt... Du bist hier der Boss! Du weißt... Wie mein Zucker schlägt! Wat? Wat? Nein! Ja, geil! Ja, geil! Damit hat er nicht gerechnet! Die alte Sackkratte! Komm schon! Hä? Was seid ihr alle? Wow, da! Achso! Sag doch was! Mann, da stellt man schon Fragen! Und dann kriegt man auch tatsächlich eine Antwort! Wer hat denn damit gerechnet? Mann! Hi! Pass auf! Nicht, dass du... Dir wehtust! So! 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 Mist! Mist! Ich habe eigentlich richtig drauf vorbereitet! Ich wusste, ich war noch um die Ecke gekommen! So! Komm mal her! Komm mal her! Oh, ich glaube, die habe ich die Scheiße geworfen! Komm schon, wir gehen zu dritt! Irgendwo ist die Granate denn? Ich weiß noch nicht wo! Ach, da! Ach, verdammt! Aber es läuft auf jeden Fall schon mal nicht ganz so scheiße wie in der letzten Runde! Das war doch... Das war doch furchtbar, oder? Was war denn mit der einen los? Die war ja total wie auf Ecstasy Drogen und, und, und Koks auf einmal! Ach so, da sind die! Ich muss mich mal angewöhnen! Guck mal, wenn die da sind! Aber ich kenne dich ja von hier sogar! Wäre lustig, wenn ich jetzt was getötet hätte! Ja! Haben wir denn hier eigentlich mal Feinde? Ich habe was getroffen! Ihr könnt mir hier oben gar nichts... Ja, ihr Schweine! Kommt ruhig her, hier! Ich bin overpowered! Alter! Was ist denn das hier? Ich habe noch einen Lebenspunkt! Ha? Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ha? Wer will was? Wer will was? Ha? Ha? Ich bin hier oben hier! King of the world! Ich habe tatsächlich auch drei getötet! Das ist... Das verleiht mir Flügel gerade! Na du! Hast doch wohl nicht mit gerechnet, ha? Ja, ja, ja! Was ist mein Ende da? Er hängt voll fest! Entschuldigung! Er hängt voll fest! Er hängt voll fest! Oh scheiße, jetzt bin ich weg! Ich hatte nur noch einen Lebenspunkt! Er hängt, glaube ich, voll fest im Pool! Und kam mir raus! Er ist mega geil, der Typ! Ich habe doch nicht gezielt, ey! Ich hatte doch natürlich überhaupt richtig die Waffe draußen! Oh, war so geil! Der kam doch einfach nicht raus! Richtig gut! Richtig gut! Oh, oh! Die ist voll abgeballt! Komm, hier! Also, old position! Damit rechnet die einfach nicht! Damit rechnet einfach keiner! Wer ist auch so bekloppt und stellt sich da drauf? Ganz ehrlich, bin doch nur ich, ey! Oder macht das noch wer? Komm schon! Mach das doch wer! Und mach das hier so... Bitte nicht! Das würde meine Klopfwürdigkeit jetzt echt schmälern! Woo! War zwar echt knappe, Kisti, aber... Hat funktioniert, die! Was redet die eigentlich schon wieder hier? Ah, so läuft das doch schon viel besser! Ja, mit Kanaten versuchen sie jetzt jetzt, oder was? Wo sind die denn? Mann, ich dachte, jetzt kommen die mal! Ich will die hier oben nicht... Als stehen wir... Okay, ist okay! Die Zoni, Debra, was auch immer du bist, von Zebra! Trotzdem, ich fühle mich jetzt gut! Einfach, weil das geklappt hat, dreimal! Hä? Ach, da steht er in der Ecke! Ja, glaubst du es denn? Bist du bedeppert, oder so? Okay, wir sind immer neun im Rückstand... Ne, sieben im Rückstand, oder so. Ja, was hast du denn gedacht? Dass ich dich hier durchlasse, oder was? Sind wir denn hier im Zoll, oder was? Schade für den einen. Oh nein! Oh nein, warum hab ich mir meine Waffe nicht nachgeladen? Ach, ich bin doch einfach ein Vollidiot! Der größten Sorte! Aber der hat mir... Keine Ahnung, der Kill war geil, wa? Oh, danke für die Hilfe! Thanks! Man, thanks! Scheiße! Oh, der hat aber auch ein Glück gehabt, der Kill Roach! Der hat aber voll durchgezogen! Sein Magazin! Übermanne! Okay! Lol! Ich hab einfach nichts getroffen! Also, ich hab geholfen! Immerhin! Nein! Ach, verdammt! Aber irgendwer anders hat ihn erwischt, ne? Glaub ich! So, warte mal, dann gehen wir mal wieder... Warte mal, wir machen mal folgendes... Aha, aha, aha... Wir machen das mal so taktisch... Wow, leck mich! Alter, die haben aber auch ein... Ihr habt doch ein Rad ab! Bleibt doch mal in eurer Ecke da hinten! Ich schwör euch! Bleibt da, wo ihr hergekommen seid! Die sind auch echt schnell! Man, ich will gar nicht in der Ecke hier irgendwie... Hier, lass mich mal hier... Lass mich mal woanders, wo ich auch Kills hier irgendwie mache... Ohne die ganze Zeit zu sterben! Ich hab dich gesehen! Alter Schlawiner! Mist! Ich dachte so, weißt du, so... So tatsamäßig Dschungel... Dschungel... Über... Überkreuzsprung! Aber nö, wollte er auch wieder nicht! So, pass mal auf! Pass mal um! Pass mal um! Ich hab hier einen Plan! Und zwar folgen wir! Haha! Oh, die ist schon wieder abgebreitet! Fuck! Damit hat keiner gerechnet, dass das war! Nö! Oh, Mann, oh! Ich hab aber auch ein Pech, ey! Aber wir sind... Nur zwei noch im Rückstand! Wir haben aufgeholt! Alter, das ist so knapp! Jetzt will ich nicht sterben! Komm schon, noch irgendwas Geiles mit einer Granate? Da ist mir... Oh, fuck! Mann, das ist so knapp! Okay! Nein, die haben gewonnen, ne? Oh, schade! Aber es war knapp! Aber komm, das war aber... Wenigstens... Es war eine Niederlage gewesen am Ende der Folge, aber wenigstens eine bessere Niederlage als das andere. Oh, no! Oh! Nein, das ist doch nicht schlimm! Noxixi! Botskart! Das ist nicht schlimm! Ja, war der 150. Schreibt da! Oder sie! Oh! Voll süß! Sweet! Ist doch okay! Ist doch okay! Wir kriegen 100 Medaillen! Ich bin befördert worden, ne? Ich weiß zwar nicht auf was, aber ich bin befördert worden! Geil! Okay, ich bin jetzt einen Rang höher, als ich vorher war. Wir sind auf dem dritten Platz, das ist auch okay. Irgendwie ganz gewesen. War nicht die besten Runden heute, tatsächlich, aber es waren wenigstens ganz lustige Runden. Und irgendwie war es da doch gerade zufriedenstellend. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben, ach genau, 200 Medaillen. Genau, die nehmen wir noch mit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in einer neuen Folge von Plexquad. Macht es gut, Leute! Bis dahin! Tschüss!